Außerdem verlieren durch den Klimawandel die Blätter im Herbst an Farbe, nur dass sie dann auch dafür sorgen, dass die Blätter im Herbst bunter werden. Ach ja, wegen dem Klimawandel verliert der Nordatlantik ihren Salzgehalt, gleichzeitig macht er aber den Mittelatlantik wieder salziger. Klimawandel sorgt für Eisverluste an der Antarktis, außer wenn der Klimawandel damit beschäftigt ist, für mehr Eis an der Antarktis zu sorgen. Los geht's, geht's los, geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiseren Folge von Tiefer Forschen. Am Dienstag habe ich ein Video hochgeladen, in welchem ich Rezo gegen seine eigenen Quellen bezüglich des Klimawandels antreten lassen habe. Wenn ihr wissen wollt, wie das für Rezo ausging, schaut es euch an, Link ist in der Beschreibung. Ich fand Rezo's Video sowie MyLabs wissenschaftliche Prüfung jedoch sehr einseitig, deshalb möchte ich mal eine neue Perspektive auf diese ganze Debatte werfen. Meine Frage an Rezo, aber auch an alle anderen ist, welche Position sollte jemand haben, der sich noch nie mit dem Thema Klimawandel beschäftigt hat? Sollte er glauben, dass bald die Welt vor der totalen Katastrophe steht? Wenn jemand noch nie vom IPCC gehört hat und keine Doku zu dem Thema gesehen hat, welche Position hat man denn dann erstmal? Die Antwort ist ganz klar. Ein rationaler Mensch sagt erstmal, glaube ich nicht. Bis das Gegenteil bewiesen ist. Wenn ich dir erzählen würde, dass nächstes Jahr die Aliens kommen, dann würdest du mir doch auch nicht einfach glauben, oder? Okay, aber was wäre, wenn ich dir sage, kein seriöser Wissenschaftler behauptet das Gegenteil? Glaubst du dann, dass nächstes Jahr die Aliens kommen? Ich hoffe nicht. Denn der Konsens der Wissenschaft ist häufig nicht zuverlässig. Ich gebe dir ein simples Beispiel. Marsmenschen. Es gab mal einen Konsens in der Wissenschaft darüber, dass Marsmenschen Kanäle auf dem Mars bauen würden. Nein, das ist kein Witz. Wir lesen aus einer Zeitung von vor über 100 Jahren. Der Fakt, dass die marsianischen Kanäle existieren, wird nicht länger angezweifelt. Selbst von den stark religiösen Astronomen. Keiner zweifelt heute mehr daran, dass diese Kanäle Teil eines gewaltigen Bewässerungssystems sind, welches Wasser in die Wüste leitet. Wie dieser Konsens zustande kam und wie er wieder gekippt ist, ist eine interessante Geschichte und die soll ein anderes Mal erzählt werden. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch diesen Bericht von Tony Heller dazu ansehen. Was ich damit aber deutlich machen wollte, ist, dass wir nicht vertrauen können, nur weil ein vermeintlicher Konsens vermeintlicher Wissenschaftler besteht. Das ist ganz wichtig. Denn Wissenschaftler sind Menschen. Sie sind fehlbar, sie haben eigene Interessen, Wünsche und Ideologien. Manche von ihnen sind käuflich, manche sind manipulierbar, manche fallen schnell in Hysterie und manche sind auch einfach nur dumm und man fragt sich, wie sie eigentlich in die Position geraten sind, in der sie stehen. Aber wie ist denn jetzt der Konsens? Schließlich sind am Ende des Tages es doch die Experten, oder? Wen sollen wir sonst fragen? Ich habe diese Frage einfach mal Klimaforschung gestellt. Also ich habe diese Institute angerufen und die sagten zu mir so, ey, es gibt keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das Gegenteil behauptet. Ich so, krass, really? Und die so, ja, es gibt vielleicht so ein paar Dullis, die bezahlt wurden von der Ölindustrie, aber eigentlich macht da kein seriöser Wissenschaftler mit. Und da fragt man sich doch, ob Rezo hier nicht dem sogenannten Confirmation Bias unterliegt. Also das Rezo nur nach Quellen sucht, die seine eigene Meinung unterstützen. Normalerweise sollte man ja versuchen, seine eigenen Ansichten zu widerlegen. Nicht wahr, Mai? Eine Hypothese muss prinzipiell widerlegbar sein. Okay, passt auf. Man würde jetzt denken, wissenschaftliches Arbeiten funktioniert so. Man stellt eine Hypothese auf und dann versucht man diese Hypothese wissenschaftlich zu belegen. Logisch, oder? Nein, also logisch ist das schon, nur kritisch ist es noch nicht. Anstatt die Hypothese nur zu belegen, muss man auch versuchen, die Hypothese zu widerlegen. Nun gut, gibt es keinen einzigen seriösen Wissenschaftler? Versuchen wir mal, das zu widerlegen. Was ist mit William M. Gray, einem Pionier der Tornado-Vorhersagen? Ohne diesen könnten wir einige Naturkatastrophen heute nicht so gut vorhersagen, wie wir es tun. Er war schließlich ein renommierter Atmosphärenwissenschaftler. Also Klimawandel ist genau sein Thema. Er sah das mit dem Klimawandel aber anders. Zählt der? Oder was ist mit Freeman Dyson? Extrem berühmter Physiker, Mitglied der National Academy of Science. Er hat den Templeton-Preis gewonnen und die Max-Planck-Medaille bekommen. Er hat eine ganze Liste auf Wikipedia mit Dingen, die nach ihm benannt wurden, weil er so erfolgreich war. Was ist seine Haltung zum Klimawandel? Er sagt, den gibt es zwar, aber der ist gut für die Welt. Zählt das? Okay, was ist mit Ivar Gyaeva? Der hat den Nobelpreis für Physik gewonnen. You can't measure the temperature for the whole Earth by such accuracy. Oder mit Kerry Mullis, der hat den Nobelpreis für Chemie gewonnen. Zählen die? Ach ja, und was ist mit den 21 Nobelpreisträgern für Physik und 24 für Chemie? Haben die alle gar keine Ahnung? Was ist mit Lennart Bengts? Der war eine Klimawissenschafts-Ikone und früherer Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Oder Dr. Patrick Moore, ein Mitgründer von Greenpeace. Oder was ist mit den 49 Wissenschaftler und Astronauten der NASA, die die Version des IPCC anzweifeln? Zählen die? Warum gibt es eigentlich auf Wikipedia einen Artikel mit einer ganzen Liste, die sich nur komplett um Wissenschaftler dreht, die den Klimawandel anzweifeln? Zudem gibt es die Oregon Petition, die von 30.000 Wissenschaftlern unterschrieben wurde. Und ebenso die Manhattan Declaration, wo hunderte hochkarätige Wissenschaftler unterschrieben haben. Damit meine ich das Feinste vom Fall. Nicht einfach nur Leute mit Doktortitel, sondern Leute mit Doktortitel, die auch noch Vorsitzende von großen Instituten sind. Na gut. Aber es gibt ja trotzdem immer noch viel mehr Wissenschaftler, die es anders sehen. Aber mehr Wissenschaftler worin? Wissenschaftler ist heutzutage gefühlt jeder Dritte. Die Frage ist doch, ob sie sich mit der Thematik auskennen. Wer kennt sich denn zum Beispiel mit dem Wetter aus? Meteorologen. Vor allem Fernseh-Meteorologen, weil sie ja jahrelang täglich über das Wetter berichten. Die müssten ja Veränderungen am stärksten wahrnehmen. Außerdem haben sie das Wetter studiert. Wie sieht es bei denen aus? Also laut Umfragen von 2009, 2010 und 2016 haben die große Zweifel am Menschen gemachten Klimawandel. Und eine Studie, die auch allgemeiner die Meinung von Meteorologen untersuchte, fand gerade mal, dass 52% dieser glaubten, dass der Klimawandel hauptsächlich vom Menschen sei. Dabei wurde nicht einmal gefragt, was ihr hauptsächlich bedeutet und ob der Klimawandel gut oder gefährlich ist. Zwei Untersuchungen unter Ingenieuren und Geologen von APEGA von 2008 und 2012 ergaben, dass maximal 36% dieser Wissenschaftler den Schlussfolgerungen des IPCC folgen würden. Okay, aber Rezo hat doch Studien gegeben, die zeigen, dass fast alle Wissenschaftler das gleich sehen, oder? Und er hat recht. Es gibt noch sehr viel mehr Studien als die von Rezo. Diese pendeln in der Regel irgendwo zwischen 90% und 100% und das seit fast 20 Jahren. Es gibt zwar haufenweise Probleme mit diesen verschiedenen Studien, aber es ist definitiv so, dass es eine Mehrheit an Wissenschaftlern gibt, die dem IPCC zustimmen würden und ganz besonders unter denen, die viele im Bereich Klimawissenschaften publizieren. Naja, aber es gab vor über 100 Jahren eben auch einen Konsens unter Astronomen, dass die Marsmenschen existieren. Die Frage ist doch dann, wie wertvoll so ein Konsens ist. Denn es gibt vielleicht auch einen Konsens unter studierten Apokalyptik-Theologen, dass Jesus in den nächsten 100 Jahren wiederkommt. Aber glaubst du das deshalb und da ist entscheidend, dass man einfach kritisch bleibt. Vor allem, wenn wir die Menschen das Ende der Welt prophezeien. Nun, es gibt aber noch drei weitere Fragen, die geklärt werden müssen zum Thema Konsens. Erstens, wenn der IPCC nicht recht hat, wieso stimmen dann die meisten Wissenschaftler diesem zu? Das ist eine gute Frage. Hierbei geht es nicht darum, ob der IPCC recht hat, sondern wieso die meisten denken, dass er recht hat. Und die Frage lässt sich mit einer simplen Gegenfrage beantworten. Wieso denkst du, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, der zu einer Katastrophe führen wird? Hast du es selbst erforscht? Bist du in der Lage, es zu beweisen oder die Beweise zu bewerten? Nein, wenn du es glaubst, dann weil du denkst, dass die meisten es so sehen. So sind wir Menschen, wir richten uns an der Mehrheit aus. Und Wissenschaftler sind eben auch Menschen. Wissenschaftler, die öffentlich den IPCC kritisieren, haben es schließlich nicht leicht. Die LA Times zum Beispiel sagt offen, dass sie dessen Leserbriefe nie veröffentlichen würde. Oder die Innenministerin der USA von 2013 bis 2017, Sally Jewell, drohte davor, dass es ja keine Klimaleugner im Innenministerium geben dürfte. Oder ehemalige Justi... Oder ehemalige US-Juti... Oder ehemalige US-Juti... Justiz. Oder ehemalige US-Justizministerin Loretta Lynch gab zu, dass es interne Diskussionen darüber gab, ob man nicht mit einem Zivilprozess gegen Klimaleugner vorgehen sollte. Klimaforscher wie Roger Pilk Jr., deren Recherchergebnisse Skepsis bezüglich des Klimawandel-Alarms auslösen, werden attackiert und ihre Finanzen müssen häufig vielfach geprüft werden. Außerdem wird sich öffentlich über sie lustig gemacht. Selbst Barack Obama verglich sie mit Menschen, die glauben, die Erde sei flach. Oder in Deutschland gibt es Journalisten wie Tilo Jung, die verlangen, dass Leugner ignoriert werden und man sich über sie lächerlich macht. Und diese Liste könnte Stunden weiter gehen. Wer beim Klimawandel Skepsis an der Mainstream-Meinung hat, muss stetig fürchten, dass irgendwann das Gesetz sich gegen ihn wendet. Seine Forschungsgelder werden angefochten und man wird öffentlich denunziert. Wen wundert es bei diesen Zuständen, wenn es da einen Konsens gibt? Aber damit kommen wir zu einer zweiten wichtigen Frage. Werden Skeptiker nicht von der Ölindustrie finanziert? Und die so, ja, es gibt vielleicht so ein paar Dullis, die bezahlt wurden von der Ölindustrie, aber eigentlich macht da kein seriöser Wissenschaftler mit. Diese Verschwörungstheorie ist sehr beliebt. Vor einiger Zeit wurde mal eine Studie veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kam, dass die Skeptiker jedes Jahr eine Milliarde Dollar von der Öllobby bekommen würden. Das ging natürlich auch durch die ganze Presse. Auf einmal war allen klar, woher diese ganzen Skeptiker immer kommen. Leider hat die Studie dabei nicht speziell Klimaskeptiker analysiert, sondern etliche Organisationen, die einfach republikanisch oder konservativ unabhängig von deren Positionen zum Klimawandel waren. Deshalb hat man auch ziemlich schnell sich über diese Studie lustig gemacht. Diese Milliarde, die diese Studie gefunden haben will, ist kein Geld, das direkt mit Klimaforschung oder medialer Aufbreitung von Klimaskepsis in Verbindung steht. Wenn ExxonMobil 100.000 an eine konservative Zeitung spendet, dann gilt das in dieser Studie als Geld gegen den Klimawandel, selbst wenn die Zeitung das Thema nahezu nicht oder gar nicht behandelt hat. Wenn du allerdings mal ein bisschen recherchierst, wie viel Geld klimaskeptische Institute eigentlich so bekommen, wirst du feststellen, das ist nicht so viel. Die härtesten Vorführ, für dich finden konnte, sind 6,5 Millionen von Exxon über sieben Jahre. Das sind knapp 900.000 Euro im Jahr, während die gegenseitig jährlich Hunderte Milliarden erhält. Es kommt aber noch krasser, ExxonMobil gibt etliche Millionen für Klima-Alarmismus aus. Zum Beispiel 100 Millionen Dollar an Stanford für Forschung, wie wir den Energiebedarf decken können, ohne die globale Erderwärmung zu verschlimmern. NoTriksZone hat eine ganze Liste mit Quellen angefertigt, wo wir haufenweise Nachweise finden, wie die Ölindustrie den Klima-Alarmismus mit hunderten Millionen sponsort. Geldbeiträge, von denen Skeptiker nur träumen könnten. Aber wieso sollte die Ölindustrie das machen? Das sind doch gierige Milliardäre, die nur noch mehr Geld wollen. Exakt, das ist korrekt. Wieso sponsern sie dann Klima-Alarmismus und die grüne Technologie? Da verlieren sie doch nur ihr Geld. Diesbezüglich habe ich mal ein kleines Experiment gewagt. Ich bin einfach mal ans Netz und habe nach den größten Solarenergie-Firmen gesucht. Dabei bin ich dann auf diesen Artikel vom Business Insider gestoßen, der als erste große Solarenergie-Firma Canadian Solar Inc. nannte. Nun ist dieses Unternehmen an der Börse. Das heißt, die Besitzer dieser Firma sind Aktionäre. Also habe ich im Netz weitergesucht, wer denn wohl der Hauptaktionär der Firma ist. Der größte Shareholder war Lionpoint Capital, eine Investmentfirma aus den Staaten. Nun ist die Frage, wo hält die Firma wohl noch so Aktien? Dabei stachen wir unter den Top-Einträgen folgende Energiefirmen direkt ins Auge. PDC Energy Corp, SPDR & SP und Production ETF. Das waren die drei Top-Energie-Firmen, an denen Lionpoint Capital noch Aktien hält. Und was haben diese Firmen alle gemeinsam? Öl und Gas. Es sind große Player der Ölindustrie. Und das ist der Punkt, den du dir merken musst. Denn er ist wichtig. Die Leute, denen die Solartechnik gehört und die Leute, denen das Öl gehört, das sind dieselben Leute. Die Ölindustrie ist die Solarindustrie. Ja, bei Canadian Solar Inc. mögen andere Ingenieure arbeiten als bei PDC. Aber diejenigen, die ihr Geld bei der Firma drin haben, sind dieselben, die ihr Geld in der anderen Firma haben. Das ist die indirekte Ebene, die zeitlich verschmolzen, die beiden Industrien sind. Aber es gibt da ja auch noch eine viel offensichtlichere und direktere Ebene. Petroleum-Gigant BP gilt zum Beispiel als der weltweit drittgrößte Verkäufer für Solarenergie. Aber auch Shell, Total, Statoil und Exxon geben riesige Summen für erneuerbare Energien auf. Ziehen wir hier einmal ein deutliches Fazit. Die Ölindustrie ist die grüne Industrie. Es sind dieselben Leute, dieselben Aktionäre und teilweise sogar dieselben Firmen. Die Ölindustrie finanziert Klima-Alarmismus massiv mit und die Summen an Steuergeldern und Subventionen, die für alarmistische Forschung und grüne Technologien aufgewendet werden, gehen jährlich in die hunderte Milliarden. Wer Skepsis hat, muss stetig fürchten, dass irgendwann das Gesetz sich gegen ihn wendet. Seine Forschungsgelder werden angefochten und man wird öffentlich denunziert. Wen wundert es bei diesen Zuständen, wenn es da einen Konsens gibt? Für mich persönlich klingt das nicht nach einer Umgebung, in der sich ein ehrlicher, wissenschaftlicher Konsens bilden kann. Aber es gibt ja noch eine dritte wichtige Frage. Selbst wenn wir dem Konsens an Wissenschaftler nicht trauen können, gibt es nicht einen Konsens an Beweisen? Schauen wir noch mal zu Mai. Sie hat noch eine andere Form von Konsens im Sinn. Hier geht es nicht um Meinung. Es ist hier keine demokratische Abstimmung. Ein Wissenschaftlerkonsensis ist nicht wie ein Verteidiger, das wir in einem Raum haben, wo Menschen Hande aufgenommen haben. Es ist ein Konsensis von all der Evidenz, nicht von den Wissenschaftlern. Das ist eine komöne Miskonzeption über das Wissenschaftlerkonsensis. Und ich mag eigentlich nicht, wenn Leute sagen, 99% der Wissenschaftlerkonsensis sind. Das ist nicht, was ein Konsens ist. Es ist nicht ein Poll. Es ist die Konflanz von all der Evidenz. Mai sieht die Cook-Studie, die auch Reso nennt, als ein Konsens an Beweismitteln. Die meisten Beweise sprechen laut Mai für den Klimawandel. Aber auch diese Logik hat Lücken. Und das zeigt Mai eigentlich auch in ihren anderen Videos selbst. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Stellen wir uns vor, Wissenschaftler würden nun Fotos, die auf der Erde aufgenommen wurden, nach der Erdkrümmung untersuchen. Sie gehen also rum, stellen sich überall hin und machen irgendwelche Fotos. Und dann analysieren sie, ob eine Krümmung auf diesen Fotos zu sehen ist. Das machen sie hunderttausendmal und kommen immer zu dem Ergebnis, dass da keine Krümmung auf den Bildern zu erkennen ist. Jetzt kommt die NASA und macht ein einziges Foto aus dem Weltraum, auf dem deutlich eine Erdkugel zu sehen ist. Was wäre dann der Konsens an Beweismitteln? Mai müsste jetzt nach ihrer eigenen Logik zu dem Ergebnis kommen, dass sich 99,9999% der wissenschaftlichen Studien einig sind, dass die Erde flach ist. Aber das ist natürlich Quatsch, denn nicht jeder Abstract, jeder Studie ist gleich viel wert. Der Punkt ist nämlich, dass ein einziger Beweis oder ein starkes Argument alleine dazu führen kann, dass eine komplette Theorie kippt. Zumindest kann das dafür sorgen, dass eine solche Theorie stark angezweifelt werden sollte. Und solche Belege und Argumente schauen wir uns jetzt einmal an. Als erstes gehen wir dafür noch einmal zu Mai's Video. Was hat Mai noch einmal über die Temperaturdaten gesagt? Temperaturdaten kann jeder nachschauen. Rezo hat das verlinkt. Ich habe auch noch mal was in der Videobeschreibung verlinkt. Und Temperaturdaten, da gibt es halt auch nicht so viel Interpretationsspielraum. Aber ist das so? Woher stammen denn unsere Temperaturdaten eigentlich? Nun, da gibt es verschiedene Datensets. Zum Beispiel Satelliten. Satelliten gab es natürlich in der vorindustriellen Zeit nicht. Also, wenn es heißt, all die Katastrophen kamen bisher, weil wir global durchschnittlich ein Grad wärmer geworden sind. Seit der vorindustriellen Zeit sind die Satelliten nicht sehr hilfreich. Also, um zu prüfen, ob es in der vorindustriellen Zeit ein Grad wärmer geworden ist, brauchen wir natürlich ein Datenset, das dafür alt genug ist. Welche stehen uns da so zur Verfügung? Es bleiben nur direkte Temperaturmessungen von Messstationen, die dann zum Beispiel so aussehen, wie auf diesem Bild. Die sind überall auf der Welt verteilt und von denen beziehen wir dann unsere Daten rein, die die durchschnittliche globale Temperaturveränderung der Erde bestimmen. Nun, die Erde ist 510 Millionen Quadratkilometer groß. Und davon machen etwa 361 Millionen Quadratkilometer die Meere aus. Die jährlichen Temperaturunterschiede, über die wir global sprechen, liegen im Bereich der Zehntelgrade. Nun nehmen wir mal an, alle Messstationen wären auf diesem Planeten gleichmäßig verteilt. Was schätzt du, wie viele Messstationen bräuchte man, um die Veränderungen der Temperatur der gesamten Erde auf den Zehntelgrad genau zu bestimmen? Wir reden über Zehntelgrade und über 510 Millionen Quadratkilometer. Also 510 Millionen Quadrate, die 1 Kilometer lang und 1 Kilometer breit sind. Wie viele Messstationen bräuchte man dafür? Nimm dir mal eine Sekunde und erbeleicht dir eine Zahl. Wie viele Stationen braucht man bei optimaler Verteilung, um festzustellen, ob dieses Jahr 0,1 Grad Celsius wärmer war als das letzte. Ich denke mal, hier stellen sich die Leute jetzt sehr unterschiedliche Zahlen vor, von vielen Hunderttausenden bis zu mehreren Milliarden. Du bist vermutlich kein Wissenschaftler, genau wie ich, aber irgendwas in diesem Zahlenspektrum würde man wohl vermuten. Schauen wir uns doch mal an, wie viele Messstationen so auf der Erde existieren. Dafür gehen wir auf die Seite der NASA. Wir sehen sofort, die Erde ist voll von Stationen. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Aber wie viele Stationen sind in diesem Datenset? 8.673 Stationen. Das klingt jetzt irgendwie nicht so viel. Das Ganze sieht zwar nach viel aus, aber wenn wir mal etwas reinzoomen, sieht das Ganze schon anders aus. Wir sehen, Deutschland ist einer der besten, abgedecktesten Orte der Welt. Ich zoome jetzt mal so, dass der Ausschnitt in etwa die Größe von Deutschland hat. So dicht ist Deutschland abgedeckt. Gehen wir mal Richtung Asien. Wir sehen sofort, dass wir häufig Flächen so groß wie Deutschland haben, die keine oder nur ganz wenige Stationen haben. Glaubst du, in Deutschland könnte die durchschnittliche Temperaturveränderung mit nur 3 bis 4 Stationen gemessen werden? Auf den Zehntelgrad genau für das ganze Land? Ich persönlich habe da meine Zweifel. Wenn wir dasselbe in Afrika machen, haben wir riesige Flächen komplett ohne irgendeine Station. Das finde ich etwas schwierig. Wie wird das denn so genau gemessen? Aber probieren wir hier mal noch eine weitere Sache. Das sind jetzt ja nur die Messstationen, die es im Mai 2019 gibt. Aber schauen wir uns doch mal für den berühmten Startpunkt an, wie das aussieht. Es soll seit 1880 ein Grad wärmer geworden sein. Wie viele Messstationen haben wir von dem Jahr denn im Datensit? Wir wählen diese entsprechenden Einstellung aus und siehe da 549 Stationen. Sind die denn jetzt gleichmäßig verteilt? Ne. Nahezu alle in Europa und in den USA. Tja, das ist jetzt doch ein bisschen schwierig. Die USA gilt als eines der Länder mit den besten und längsten Wetteraufzeichnungen. Surfastations.org hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Messstationen der USA zu untersuchen. Dabei untersuchten sie 82% aller Stationen in den USA. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie 2011 in einer Studie im Journal of Geophysical Research. Diese kam zu dem Ergebnis, dass 91,5% der Stationen eine Fehlerquote von größer gleich einem Grad haben. 64,4% größer gleich zwei Grad. Das heißt, selbst noch im Jahr 2011 in einem der besten abgedeckten Länder der Welt haben 90% der Stationen eine Messfehlerquote, die höher als ein Grad ist. Da fragt man sich schon, wie man denn auf einen Grad genau die Temperaturveränderung der Erde seit 1880 berechnen konnte, wenn selbst heute unsere besten Daten immer noch mehr als einen Grad Fehler machen. Was hat Mai dazu nochmal gesagt? Und Temperaturdaten, ja, da gibt es halt auch nicht so viel Interpretationsspielraum. Ich muss sagen, Mai, ich widerspreche dir. Ich denke, hier gibt es eine ganze Menge Interpretationsspielraum. Aber du könntest ja mal ein Video machen und erklären, wie denn auf den Zehntelgrad genau die Temperatursteigerung von einem Grad seit 1880 gemessen wurde. Ich spoiler euch mal kurz, gar nicht, es sind Rechenmodelle. Es gibt keine Messdaten, die diese Temperaturveränderungen belegen. Es sind reine Modelle. Und das Problem ist, selbst den allermeisten Wissenschaftlern, mit denen ich mich unterhalte oder von denen ich mir Vorträge zu diesem Thema anhöre, scheint dies nicht bewusst zu sein. Der berühmte eine Grad seit der vorindustriellen Zeit ist keine Messung, sondern eine Schätzung. Das sollte jedem, der bei diesem Thema mitredet, erst einmal bewusst sein. Und diese Modelle sind natürlich extrem anfällig für Fehler. Das ist klar, wenn man so wenig Daten hat und es zehntelgrade genau sein muss. Ihr kennt sicher alle diese Grafen, die den Temperaturanstieg anzeigen. Auf diesem Grafen sieht der Temperaturanstieg immer so dramatisch aus. Das liegt daran, dass realistische Fehlerquoten nicht vorhanden sind und nur der Mittelwert angezeigt wird. Ich zeige euch jetzt mal dieselbe Grafik, etwas anders dargestellt. Hier seht ihr denselben Anstieg der Temperatur von einem Grad Celsius seit 1880. Allerdings mit dem unterscheidenden Unterschied, dass auch die Maximal- und Minimal-Temperaturen eingezeichnet wurden. Ihr seht also, die starke Temperatur auf diesem Vermilchen schwankt. Dieser eine Grad ist in so einer Grafik mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Diese Temperaturschwankungen auf der Erde zeigen, wie schwierig es sein muss, die genaue Durchschnittstemperatur zu bestimmen. Du benötigst genau die richtige Menge an zuverlässigen Daten und die richtige Verteilung. Fakt ist, dass dies nicht gegeben ist. Dieser Graph zeigt auch, dass man mit genügend Daten die Temperatur sehr leicht in die eine oder andere Richtung manipulieren könnte. Aber was hat May nochmal dazu gesagt? Und Temperaturdaten, ja, da gibt es halt auch nicht so viel Interpretationsspielraum. Wenn ihr dazu einen wissenschaftlichen Vortrag hören wollt, empfehle ich den von Michael Lünnburg. Er geht noch viel mehr im Detail darauf ein, wie groß die Fehler in den Temperaturreihen sind. Wenn ihr euch damit noch tiefer auseinandersetzen wollt, schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Wenn ihr etwas Kürzeres und Leichteres wollt, dann guckt euch das Recherche-Video von Norman Investigativ an. Der Typ ist irgendwie etwas ulkig, aber er hat in seinem Video echt gute Arbeit geleistet und zeigt speziell in Deutschland auf, wo das Problem mit den Messdaten ist. Und dann empfehle ich noch eine Präsentation von Anthony Watts, wo er noch genauer auf die Qualität einzelner Messstationen eingeht. Das Problem geht aber noch viel weitreichender, als dass diese Temperaturdaten unzuverlässig sind. Die Temperaturdaten werden auch im Nachhinein verändert. Dies wird dann Temperature Adjustment genannt, beziehungsweise zu deutsch als Temperaturkorrektur. Diese Temperaturkorrekturen sind verdächtig. Schauen wir uns zum Beispiel einmal an, wie 1999 die US-Temperaturkurve aussah. Und dann schauen wir uns einmal die US-Temperaturkurve im Jahr 2016 an. Die Quellen stammen beide direkt von der Seite der NASA. Schaut euch die Grafen genau an. Achtet auf die Jahre 1940 und 2000. Fällt euch was auf? Die Temperatur um 1935 war in der ersten Version deutlich höher als die Temperatur um 2000 herum, in der zweiten Version aber nicht mehr. Sie wurde im Nachhinein korrigiert. Als wäre der NASA im Nachhinein aufgefallen, dass es in den 30er Jahren gar nicht so heiß war, wie sie zuerst gedacht haben. Hm, ergibt das Sinn? Also, The Bulletin vom 25. Juli 1936 berichtete aber was anderes. Dort wurde berichtet, dass Hitzewellen in den USA 12.000 Menschen das Leben gekostet habe. Und der Queenslander am 16. Juli 1936 berichtete von der schlimmsten Dürre der Geschichte in der USA. Ich will hier niemandem was unterstellen, aber komisch ist das schon. Nun wurde eine solche Anpassung nicht nur einmal vorgenommen. Ein Research Report aus dem Jahr 2017 kam zu dem Ergebnis, dass dies systematisch passiere. Korrekturen würden grundsätzlich die Vergangenheit kühlen und die Gegenwart wärmen. Dieser Bericht ist auf massive Kritik gestoßen. Mir selbst fällt es schwer, hier ein Urteil zu fällen. Wer dabei im Recht ist und wenn nicht, keine Ahnung. Doch macht es diese Datensets noch weiter verdächtig? Wir sehen also, dass diese Zahlen und Graphen eben doch Interpretationsspielraum haben. Nur die wenigsten scheinen sich überhaupt Gedanken zu machen, wo die Temperaturdaten herstammen. Ich recherchiere nun schon seit vielen Wochen und Monaten zu dieser Frage und ich finde darauf für mich keine zufriedenstellende Antwort. Wenn du mir erklären kannst, wieso wir doch diesen Temperaturanomalie-Kurven trauen können, dann schreibe es mir doch bitte in die Kommentare. Und Mai und Rezo, wenn ihr darauf eine vernünftige Antwort geben könnt, bitte macht doch ein Video dazu. Ich bin gerne bereit, meine Meinung zu dem Thema zu verändern, wenn entsprechende Argumente folgen. Nun magst du vielleicht sagen, Moment, warum sind diese Temperaturdaten denn überhaupt so wichtig? Ob es jetzt ein Grad oder ein halber Grad ist, spielt doch keine wirkliche Rolle. Wir sehen doch, dass die Pole schmerzen und all diese schlimmen Dinge passieren. Wir müssen doch was dagegen tun. Dieser Gedanke mag für manche im ersten Moment Sinn ergeben, doch übersieht er eine entscheidende Tatsache. Was wir tun können, hängt stark von diesen Kurven ab. Wenn wir der Kurve nicht trauen können, können wir auch keine Korrelation mit CO2 ausmachen. Wenn wir keine Korrelation mit CO2 haben, können wir auch keinen Kausalzusammenhang von CO2 und Temperatur herstellen. Wenn wir keinen Kausalzusammenhang haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Emotionen überhaupt keine Rolle spielen. Das ist das, was ich eben meinte. Wenn nur dieses eine Standbein fällt, dann fällt die gesamte Theorie. Nun kommt aber Mai zur Rettung. Und womit? Mit Eiskernbohrungen. Mai erzählt uns, dass wir durch Eiskernbohrungen in die Vergangenheit sehen könnten und dadurch wüssten, dass CO2 höher sei als in den letzten 800.000 Jahren. Sowie, dass wir eine Verbindung zwischen CO2 und Temperatur erkennen könnten. Nun, weil das Thema den Rahmen von diesem Video sprengt, habe ich ein extra Video dazu gedreht. Findet ihr in der Beschreibung, falls euch die Thematik genauer interessiert. Fakt ist jedoch, dass man das nicht so einfach sagen kann. Definitiv ermöglichen Eiskernbohrungen keinen Blick in die Vergangenheit. Das ist unwissenschaftliches Wuhu. Wir versuchen mit Eiskernbohrungen die Vergangenheit zurück zu konstruieren. Dabei gibt es haufenweise Probleme und außerdem gibt es andere Arten, wie wir versuchen, CO2 zurückzukonstruieren, wobei es zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Diese Zahlen sind in der Wissenschaft also umstritten. Aber wie gesagt, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Wenn euch das interessiert, klickt auf den Link in der Beschreibung. Aber wie ist diese große wissenschaftliche Debatte im IPCC vertreten? Scheinbar nahezu gar nicht. Bei meiner Recherche konnte ich vom IPCC nahezu gar keinen Bezug zu diesem Thema finden. Das IPCC hält schlicht an den Eiskernbohrungen fest. Die haufenweisen Studien aus bekannten Journalen und mehreren Doktorarbeiten zu dem Thema scheinen beim IPCC einfach vorbeigegangen zu sein. Und da Maya lediglich auf das IPCC vertraut, scheint dies auch an ihr vorbeigegangen zu sein. Deshalb hält sie die Eiskernbohrungen für einen Blick in die Vergangenheit, mit der wir die vergangene Atmosphäre repräsentativ für den Globus exakt bestimmen könnten. Die Luft, die jetzt vor Tausenden von Jahren hier auf dem Planeten war, die ist archiviert und zwar im ewigen Eis. Zum Beispiel in der Antarktis. Dort können wir in die Eisschichten reinschauen. Je tiefer, desto älter ist die Luft, die wir dort eingeschlossen finden und können dann die genaue Zusammensetzung bestimmen. Mit den dicksten Eisschichten können wir 800.000 Jahre in die Vergangenheit blicken und den CO2-Gehalt ziemlich akkurat bestimmen. Durch diesen Blick in die Vergangenheit wissen wir, dass CO2 mit Klimaerwärmung zusammenhängt. Dass das Ganze nicht so einfach geht, habe ich in einem kleinen Zusatzvideo aufgezeigt. Es gibt jedoch noch ein weiteres Problem bei der Verwendung von Eiskernbohrungen. Mai sagt, Durch diesen Blick in die Vergangenheit wissen wir, dass CO2 mit Klimaerwärmung zusammenhängt. Aber selbst wenn wir die Eiskernbohrungen komplett für voll nehmen, sehen wir, dass immer zuerst die Temperatur ansteigt und erst Jahrhunderte später das CO2. Und auch erst die Temperatur sinkt und Jahrhunderte später das CO2. Das ist problematisch. Normalerweise müsste man ja das Gegenteil behaupten. Nun ist die Theorie, dass erst die Temperatur steigt, dass CO2 den Anstieg übernimmt, bis ein anderer Faktor die Erde wieder stärker kühlt als das CO2 die Erde erwärmt. Das wäre zwar möglich, aber das lässt sich von diesen Graphen nicht ableiten. Ein weiteres Problem ist, dass CO2 und Temperatur laut paläontologischen Daten über Millionen von Jahren nur schwach korrelieren. Wenn CO2 also Hauptgrund für Klimaveränderungen wäre, dann müsste sich das über Millionen von Jahren eigentlich widerspiegeln. Wir halten fest, die Eiskernbohrungen liefern kein Beweis dafür, dass CO2-Emissionen das Weltklima signifikant verändern. Aber wäre das schon nicht problematisch genug, zeigen selbst moderne Aufzeichnungen, dass zuerst die Temperatur steigt. Ich zitiere, Ferner ist dieselbe Zeitverzögerung zwischen 1850 und 1980 dokumentiert worden, wo CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre dem Temperaturanstieg für mehr als 100 Jahre folgen. Ein paralleler Anstieg von CO2-Konzentrationen und Temperatur ist nur zwischen 1982 und 1995 zu sehen. Jegliche Korrelationen fehlt im Anschluss. Bei einer solchen Datenlage ist kein unumstößlicher Beweis für CO2 als hauptsächlicher Klimawandel-Verursacher vorzufinden. Halten wir fest, wir haben eine unnütze Mehrheit an Wissenschaftlern, die glauben, die Welt geht bald unter, weil alle, die was anderes sagen, haufenweise Probleme kriegen. Unter den Skeptikern sind hochrangige Namen mit bekannten Forschern, Greenpeace-Aktivisten und Nobelpreisträgern. Hinzu kommt, dass wir weder die globale Temperatur der Gegenwart noch die der Vergangenheit exakt wiedergeben können. Was aber notwendig für eine Korrelation wäre. Wenn wir aber trotz der schlechten Datenlage eine Korrelation suchen, steigt nahezu immer zuerst die Temperatur und dann das CO2. Und diese grausamen Daten nutzt man jetzt, um damit die Zukunft zu modellieren. Richtig? Nein. Diese unterirdische Datenlage benutzt man jetzt nur, um einzelne Klima-Aspekte zu simulieren. Die Philosophin Wendy S. Parker hat die Funktion von Klimamodellen im Jahr 2009 näher untersucht und beschreibt das so. Zu bestimmen, ob heutige Klimamodelle angemessen sind, Aspekte künftigen Klimas vorherzusagen mit einem spezifischen Level der Treffsicherheit ist eine schwierige Aufgabe. Eine, mit der Wissenschaftler weiterhin ringen. Ein Großteil dieser Schwierigkeit ist mit dem Fakt verankert, dass es kein simples Leitbild gibt, das angewendet werden kann auf die Frage, ob es wahrscheinlich ist, dass ein Modell für seinen Zweck angemessen ist. Trotzdem drücken Wissenschaftler beachtliches Selbstvertrauen aus, dass heutige Klimamodelle plausible, quantitative Anhaltspunkte für einige Mengen Variablen geben können, wie zum Beispiel die Veränderung der Oberflächentemperatur unter verschiedenen Emissionsszenarien. Ein Problem bei Klimamodellen bleibt schließlich bis heute, dass sie einen Großteil des komplexen Klimas einfach außen vor lassen. Etliche Aspekte außer CO2 und Temperatur werden schlichtweg eingefroren oder komplett geraten, denn schließlich fehlen uns haufenweise Daten über alle möglichen Aspekte des Klimas, die die Modelle deshalb auch nicht wiedergeben können, wie zum Beispiel Wolken. CO2 und Temperatur sind somit noch die Daten, die wir nahezu am besten wissen. Aber wie wenig wir allein schon über diese zwei Aspekte wissen, habe ich in diesem Video bereits aufgezeigt. Wie vertrauenswürdig können dann Projektionen in die Zukunft sein? Gut, also wir können die Temperatur nicht genau messen, wir können die aktuellen Werte nicht klar mit der Vergangenheit vergleichen, wir finden keine eindeutige Korrelation zwischen CO2 und Temperatur, auch scheint, wenn dann die Temperatur vor dem CO2 sich zu verändern und dann funktionieren unsere Zukunftsmodelle auch nicht wirklich gut. Aber angenommen, das alles wäre anders. Angenommen, ich lag mit all dem falsch und das wäre doch möglich. Das würde doch dann bedeuten, dass wir ganz schnell um jeden Preis aufhören müssen, CO2 zu emittieren, oder? Nope. Selbst das ist nicht korrekt. Es gibt viel bessere Lösungen, an denen teilweise leider viel zu wenig geforscht wird. Zum Beispiel das altbekannte Nutzen von Landwirtschaft für negative Emissionen. Negative Emissionen? Pflanzen können das CO2 aus der Luft in komplexere kohlenstoffhaltige Moleküle umwandeln. Zucker, Stärke, Fette. Wir essen diese kohlenstoffhaltigen Verbindungen und wandeln sie um. Und wir atmen CO2 wieder aus. Das können die Pflanzen dann wieder aufnehmen und so schließt sich der Kohlenstoffkreislauf. Jetzt ist CO2 aber auch ein Treibhausgas. Und das Problem ist, dass wir das schon lange nicht mehr nur ausatmen, sondern durch Industrie und Co. sehr viel mehr davon freisetzen. Nur haben wir nicht entsprechend mehr Pflanzen. Ja genau. Denn Pflanzen nehmen CO2 auf. Menschen und Tiere essen Pflanzen. Mehr Pflanzen heißt also weniger CO2, aber mehr Essen für Tiere und Menschen. Klingt doch genial. Oder Mai? Nur haben wir nicht entsprechend mehr Pflanzen. Genau. Deshalb gibt es bestimmt haufenweise Forschung zu diesem Thema. Richtig? Na, nicht ganz. Im Jahr 2017 kam eine Analyse, die die verschiedenen Forschungsbereiche für Lösungen des Klimawandels untersuchte und kam zu dem Ergebnis, dass Negativemissionen nur einen verschwindend geringen Anteil ausmachen, obwohl der Bereich seit Jahren anwächst. Die Autoren schlussfolgern, dass der Anteil in der Literatur viel zu gering für das Potenzial dieser Lösung. So gab es zum Beispiel bereits 2015 eine Studie, die aufzeigte, dass Negativemissionen den Klimawandel eventuell umkehren könnten, selbst wenn das Zwei-Grad-Ziel durch Senkung der Emission nicht erreicht werden würde. Zwar rät die Studie von einer solchen Hauptstrategie ab, da sie dies für riskant hält, zeigt diese Möglichkeit jedoch trotzdem auf. Dieses Jahr kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass das Anpflanzen von Wäldern, ich zitiere, die effektivste Lösung, die uns zur Verfügung steht, um den Klimawandel zu entschärfen sei. Davon berichten uns Rezo und Mai aber leider gar nicht. Dabei ist es so intuitiv, dass es Mai selbst gesagt hat, mehr Pflanzen. Aber das ist nicht die einzige Lösung. Ein weiterer Ansatz ist das sogenannte Geo-Engineering. Ich bin da jetzt kein Fan von, aber trotzdem ist dies, sollte sich der Klimawandel als wahr herausstellen, eine sehr viel schnellere und billigere Lösung. Letztes Jahr kam eine Studie heraus, die berechnete, dass wir kühlende Chemikalien mit Flugzeugen in die Atmosphäre pusten können und das Ganze etwa 15 Jahre dauern und 36 Milliarden kosten würde. Also etwa 10% vom Jahresbudget des deutschen Staates. Also mit anderen Worten, Deutschland ist in der Lage, den Klimawandel für die ganze Welt aufzuhalten mit nur 10% des Jahresbudgets. Offensichtlich ist Klimawandel das größte Problem auf diesem Planeten und wir werden alle bald sterben, wenn wir keine CO2-Steuer einführen. Weißt du, was komisch aus sieht? Was denn? Du. Das war auf jeden Fall ein guter Witz. Danke. Wir sind hier aber noch lang nicht fertig. Denn wie Rezo und Mais eigene Quellen immer wieder aufzeigen, sind all diese Probleme nahezu ausschließlich Probleme für Menschen, die in armen Ländern leben. Wohlhabende Länder können sich gegen Klimakrisen einfach sehr leicht wehren. Wenn es zum Beispiel warm ist, macht man die Klimalage an und wenn es kalt ist, die Heizung. Steigt der Meeresspiegel, zieht man halt um, baut Staudämme oder schwimmende Städte. Das alles können wir heutzutage schon ohne Probleme. Deshalb trifft der Klimawandel vor allem Arme. Was ist also Rezos Vorschlag? Unsere Wirtschaft mit haufenweise Regulierungen und Steuern zu belasten, damit im schlimmsten Fall wir irgendwann selbst zu einem dieser armen Länder werden. Ich halte diesen Ansatz nicht nur für ökonomisch dumm, sondern auch für moralisch verwerflich. Würde all das mit dem Klimawandel stimmen, darf unsere Lösung nicht heißen, wie können wir den Klimawandel aufhalten, sondern wie kriegen wir so schnell wie möglich den Rest der Welt aus der Armut raus. Und das so schnell wie möglich. Welche Fortschritte wir da bereits gemacht haben, da gehe ich gleich noch drauf ein. Erstmal muss hier ein simpler, ökonomischer Fakt klar benannt werden. Marktwirtschaft die größte einzelne Kraft wie Länder aus der Armut. So kam Europa und Nordamerika zum Wohlstand, so wie Hongkong oder Singapur. Kapitalismus hat 800 Millionen Menschen in China aus der Armut geholt. Freiere Märkte haben Afrika schon stark geholfen. Und das ist auch der Grund, warum es den marktwirtschaftlich freisten Ländern immer am besten geht. Mit anderen Worten, wenn das mit dem Klimawandel alles so wahr wäre, dann wäre der Lösungsansatz Nummer 1 weg mit dem Marxismus und der Planwirtschaft in Afrika und her mit freien Märkten. So schützen wir diese Welt am besten. Und sollte der Klimawandel nicht so kommen wie geplant, haben wir trotzdem etwas Gutes getan und etliche Menschen aus dem Elend befreit. Das ist noch nicht alles. Selbst wenn diese alternativen Lösungen nicht funktionieren würden und der einzige Weg es wäre, von Kohle, Öl und Gas sofort abzulassen, würde das trotzdem nichts bringen. Deutschland hat die CO2-Emissionen pro Kopf in den letzten 50 Jahren von 12,4 auf 8,88 Tonnen gesenkt. Also fast um ein Drittel. Während die Emissionen der Welt jährlich steigen. Das heißt, selbst wenn Deutschland irgendwann das Null-Emissionenziel erreicht, bringt das herzlich wenig. Denn wie Mai selbst schon so schön sagte, denn Klima kennt halt keine Ländergrenzen. Ist natürlich schwierig, wenn wir hier in Deutschland alle Hebel drehen und alles in Bewegung setzen, aber es die entscheidenden Teile der Welt nicht weiter interessiert. Okay, bevor ich zum letzten und sehr entscheidenden Teil dieses Videos komme, möchte ich noch einmal die bisherigen Erkältnisse zusammenfassen. Wir können weder die globale Durchschnittstemperaturveränderung bestimmen, noch können wir sagen, dass unsere CO2-Werte historisch auf einem bedenklichen Niveau sind, da die Eiskern-Daten höchstwahrscheinlich nicht zuverlässig sind. Aber selbst wenn alle unsere Daten so stimmen würden, scheint CO2 immer der Temperatur zu erfolgen und nicht umgekehrt sogar in modernen Aufzeichnungen. Aber selbst wenn das alles korrekt wäre, heißt es nicht, dass es nur eine legitime Einstellung gäbe, da es immer noch haufenweise Alternativen gäbe, um den Klimawandel zu verhindern und nebenbei Milliarden Menschen zu verbessern. Während die Vorschläge, die Reze und Mai geben, nicht nur zu einem gefährlichen Wachstum der Staatsgewalt führen würden, sondern so oder so niemals funktionieren können, da selbst wenn wir die Emissionsziele erreichen, diese Welt trotzdem weiter ansteigen und wir damit die Krise nicht aufhalten würden. Unsere Wirtschaft aber möglicherweise zerstört haben, wodurch uns der Klimawandel dann wirklich treffen könnte, denn er trifft ja nur die Länder mit schwacher Wirtschaft. Oder noch kürzer auf den Punkt gebracht. Alles, was Reze und Mai in ihrem Video zum Klimawandel gesagt haben, ist nicht nur lausig recherchiert, es ist auch dämlich und widersprüchig. Aber ich bin noch nicht fertig, Freunde, denn jetzt werde ich noch den Klima-Alarmismus widerlegen und das mit Mai's eigenen Worten. Eine Hypothese muss prinzipiell widerlegbar sein. Okay, passt auf. Man würde jetzt denken, wissenschaftliches Arbeiten funktioniert so. Man stellt eine Hypothese auf und dann versucht man diese Hypothese wissenschaftlich zu belegen. Logisch, oder? Nein, also logisch ist das schon, nur kritisch ist es noch nicht. Anstatt die Hypothese nur zu belegen, muss man auch versuchen, die Hypothese zu widerlegen. Für die Hypothese, der Weihnachtsmann existiert, gibt es viele Belege, wie zum Beispiel die Geschenke unterm Weihnachtsbaum oder die vielen Bilder und Geschichten. Solange wir nur Belege suchen, geht die Hypothese auf. Erst wenn wir versuchen, die Hypothese zu widerlegen, indem man den Weihnachtsbaum heimlich beobachtet die ganze Nacht, um zu sehen, wer da wirklich die Geschenke drunter legt. Erst dann haben wir die Hypothese wissenschaftlich geprüft. Das bedeutet, eine haltbare Hypothese muss nicht nur belegbar sein, sondern sie muss auch Widerlegungsversuchen standhalten. So, gleichzeitig gilt jetzt aber, wenn eine Hypothese gar nicht widerlegt werden kann, also wenn es gar keine Experimente oder Tests gibt, mit denen man diese Hypothese sinnvollerweise widerlegen könnte, dann ist es eine unwissenschaftliche Annahme. Okay, da frage ich mich jetzt, was ist eigentlich mit der Annahme, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, der katastrophale Auswirkungen haben wird? Wie widerlegt man diese Hypothese? Oder ist das unwissenschaftlich? Schauen wir uns diese Theorie nochmal genauer an. Der Klimawandel sorgt laut Medien für kürzere Winter in den USA und für härtere Winter in den USA. Er sorgt für weniger Schnee in den Alpen, außer wenn er zu einem Rekordwachstum von Schnee in den Alpen führt. Der Klimawandel erschafft eine Dürre in dem küstenreichen Kalifornien, während er Fluten im küstenreichen Texas und Oklahoma intensiviert. Durch den Klimawandel nehmen feuchte Orte an Feuchtigkeit zu und trockene Orte werden noch trockener. Außer wenn der Klimawandel feuchte Orte trocken und trockene Orte feucht macht. Er sorgt für häufiger und stärkere Hurricanes und für seltener und nicht stärkere Hurricanes. Er verursacht mehr Regen, aber auch weniger Regen. Zum Glück senkt der Klimawandel die Chance, Malaria zu kriegen. Nur leider erhöht er auch die Chance, Malaria zu kriegen. Er macht San Francisco nebliger und er sorgt dafür, dass San Francisco weniger neblig wird. Außerdem verlieren durch den Klimawandel die Blätter im Herbst an Farbe, nur dass sie dann auch dafür sorgen, dass die Blätter im Herbst bunter werden. Ach ja, wegen dem Klimawandel verliert der Nordatlantik ihren Salzgehalt, gleichzeitig macht er aber den Mittelatlantik wieder salziger. Klimawandel sorgt für Eisverlust an der Antarktis, außer, wenn der Klimawandel damit beschäftigt ist, für mehr Eis an der Antarktis zu sorgen. Was für eine großartige Theorie das zu sein scheint. Sie erklärt ja einfach alles. Der Klimawandel ist der Grund für einfach alles. Perfekt, oder? Karl Popper hat mal gesagt, eine Theorie, die alles erklärt, erklärt gar nichts. Und genau das haben wir hier vor allem in den Medien. Zugegeben, so etwas, wie ich euch hier aufgezeigt habe, steht so nicht in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Aber wer von euch ließ sie denn? Rezo tut es nicht. Wie ich in meinem letzten Video gezeigt habe, verlinkt er zwar die Studien, aber oft weiß er selber gar nicht, was da drin steht. Er wiederholt nur das, was er in den Medien gehört hat. Und der Klimawandel in den Medien ist eben genau das. Pseudowissenschaft und mehr nicht. Aber was ist mit dieser Hypothese aus wissenschaftlicher Sicht? Wen fragt man da am besten? Na, Wissenschaftstheoretiker. Das sind Philosophen, die sich mit der Theorie der Wissenschaft befassen und analysieren, ob die verwendete Methodik wissenschaftlich ist oder nicht. Lesen wir mal aus der Studie Philosophy of Climate Science aus dem Jahr 2000. Klimawissenschaft hat zu kämpfen mit wichtigen methodologischen Schwierigkeiten bezüglich Klimasimulation. Darunter fallen methodologische Probleme bezüglich der Hierarchie, Komplexität, Einstellung, Widerlegbarkeit und Unsicherheit von Klimamodellen. All diese Themen sind erst kürzlich zum Thema in der Allgemeinheit der Klimawissenschaft geworden. Okay, das war das Jahr 2000. Aber seitdem hat sich das gebessert, oder? Wissenschaftstheoretiker aus dem Jahr 2013. Die Skeptiker haben recht, dass die Theorie des menschengemachten Klimawandels nicht dem einfachen Maßstab der Widerlegbarkeit entspricht. Die Theorie kann nicht entscheidend getestet werden, weil die Vorhersagen, die sie macht, unvollständig, nicht komplett präzise sind oder Wahrscheinlichkeiten beruhen und weil es immer die Möglichkeit gibt, die Theorie Vorwiderlegung zu verteidigen, indem man irgendeinen anderen Grund angibt. Ja gut, aber das sind dann doch auch nur komische Klimaleugner gewesen, oder? Falsch. Das sind Cody David und Richard Corey, zwei Vertreter des menschengemachten Klimawandels. Wieso das denn? Na, weil die beiden Herren bei der Studie zu dem Schluss kommen, dass dieses Prinzip der Widerlegbarkeit doch etwas veraltet sei und wir einfach den Experten vertrauen sollten. Ich hoffe dann, dass die beiden auch dem Papst jedes Wort glauben. Also die Experten aus der Philosophie sagen, menschengemachter Klimawandel ist prinzipiell nicht widerlegbar. Was sagen denn Experten aus anderen Bereichen? Dr. Julia Hargreaves zum Beispiel, Astrophysikerin sowie Harald Wesch und forscht nebenbei bei Japan Science and Technology Agency im Bereich globale Klimaerwärmung seit 2013. Was schreibt die Dame dazu? Verbesserungen in der Modellauflösung haben für räumlich besser aufgelöste, aber nicht unbedingt zutreffendere Vorhersagen geführt. Und die subkontinentalen Leistungen bleiben schwach. Während die Vorhersage von Klimavariationen auf Jahrzehnte hin theoretisch möglich scheinen, gibt es wenig Ergebnisse, die einen nützlichen Grad der Fähigkeit aufzeigen. Gut, gut, gut. Wie wäre es denn mal mit einer Person, die selbst lange Zeit an Klimamodellierungen gearbeitet hat und selbst für NASA und NOAA gearbeitet hat, die wäre dann ja schließlich eine Expertin. 2011 schrieb Judith Curry in Nullifying the Climate No Hypothesis. Die Diskussion der Nullhypothese hat aufgezeigt, welche Verschwommenheit die eigentliche Hypothese des gefährlichen Klimawandels umgibt, sowie dessen Widerlegbarkeit. Die zentralen wissenschaftlichen Streitfragen sind der relativ wichtige, menschliche Anteil und die natürliche Variabilität und ob ein wärmeres Klima zu Veränderungen führt, die eher als gefährlich eingestuft werden würden. Diese Probleme sind schlecht dafür geeignet, um eine Nullhypothese zu testen, während die vorrangigen Fragen sich um die Größe von den Effekten und einem bedeutsamen mechanischen Verständnis sowie Modellvorhersagen drehen. Das sind jetzt ein bisschen kompliziert und verschachtelt, aber mit anderen Worten, wir können diese These nicht wirklich testen und wir müssen erst einmal hinbekommen, dass unsere Modelle besser und unser Verständnis vom Klima etwas vollständiger werden. Aber wenn euch das nicht reicht, schauen wir noch ein anderes Expertengebiet und zwar an die Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dimitri Kautosianis ist Professor für Hydraulische Stochastik in Athen und veröffentlichte 2008 ein Paper mit dem Namen On the Credibility of Climate Predictions. Was sagt er uns? Die systematisch nicht befriedigende Übereinstimmung von modellierten und beobachteten Zeitreihen kann vier Interpretationen haben. Erstens, die Modelle sind schlecht. Zweitens, die Daten sind schlecht. Drittens, modellierte und beobachtete Zeitreihen lassen sich nicht miteinander vergleichen. Viertens, Rechnungen und Vergleiche sind falsch. Die letzte Möglichkeit kann nicht prinzipiell ausgeschlossen werden, aber alle benutzten Datenreihen, Modelle und Beobachtungen sind im Internet zugänglich, mögliche Fehler werden daher auffallen. Aus diesen Gründen glauben wir, dass Möglichkeit 1 zutrifft. Dass die Modelle intrinsisch und vielleicht auch unausweichlich schlecht sind, ist die plausibelste Erklärung. Im selben Jahr schrieb er noch in einem anderen Paper, Die großen negativen Wirkungsgrade, Leistungskraft bei diesen Skalen zeigt, dass die Modellvorhersagen viel schlechter sind als eine grundlegende Vorhersage, die auf Zeitdurchschnitten beruht. Dies macht zukünftige Klimavorhersagen nicht vertrauenswürdig. Wir haben jetzt also mehrere Philosophen, eine Astrophysikerin, eine Klimamodelliererin und einen Stochastiker, die alle in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert haben und aufzeigen, dass der gefährliche, menschengemachte Klimawandel entweder nicht prinzipiell widerlegbar ist oder auf nicht vertrauenswürdigen Computermodellen basiert. Gut, das sagen jetzt bestimmte Experten, aber genug fachchinesisch, benutzen wir zum Schluss von diesem Video doch einfach gesunden Menschenverstand. Was sind denn so die Kernvorhersagen, die die Alarmisten treffen? Wenn sich die bereits im Ansatz erfüllt haben, dann haben wir ja immerhin schon einen Grund anzunehmen, dass sie recht haben. Wenn sich ihre Kernvorhersagen nicht erfüllen, dann können wir die Theorie auch verwerfen. Denn was ist eine Theorie wert, die Vorhersagen macht, die dann aber gar nicht in Erfüllung treten? Was sagen die Alarmisten? Durch den Klimawandel würden die Naturkatastrophen zunehmen. Schauen wir uns doch einmal an, ob das stimmt. Okay, wie sieht es denn mit den Statistiken für allen aufgezeichneten Naturkatastrophen auf der Welt aus? Dann sehen wir, dass Naturkatastrophen seit 100 Jahren zunehmen. Punkt für die Alarmisten, richtig? Falsch. Erst einmal fällt auf, dass in den letzten 20 Jahren Naturkatastrophen abgenommen haben und nicht zugenommen. Dann müssen wir aber noch beachten, dass dies nicht eine Liste aller Naturkatastrophen ist, die es je gab, sondern eine Liste aller aufgezeichneten Naturkatastrophen. Da die Weltbevölkerung ja wächst, gibt es jetzt Orte, wo Überschwemmungen, Dürren und so weiter passieren, die vorher niemandem aufgefallen sind. Legen wir doch einmal daneben einen Graphen, der zeigt, wie sich in derselben Zeit die Weltbevölkerung entwickelt hat. Wir sehen also, die Weltbevölkerung ist explodiert und tut es aktuell noch, während seit 20 Jahren die Naturkatastrophen zurückgehen. Kein Punkt für die Alarmisten. Es wird aber noch krasser. Sehen wir uns mal die Todeszahlen durch Naturkatastrophen an. Oh, die sind auf einem der niedrigsten Stände seit 100 Jahren. Und auch hier ist der Bevölkerungswachstum noch nicht mit einberechnet worden. Aber schauen wir doch mal, was so extrem in den letzten 50 Jahren zugenommen hat. Überschwemmungen, Dürren, Extremwetter? Ja, Extremwetter haben ein klein wenig zugenommen, aber hauptsächlich gibt es wachsende Todeszahlen aufgrund von Erdbeben. Und ihr wollt mir jetzt ja nicht erzählen, dass es mehr Erdbeben gibt, weil es ein Grad wärmer geworden ist, oder? Aber schauen wir doch mal genauer hin und gucken auf die Todesraten pro 100.000 Einwohner. Sieht stark nach einem historischen Tiefpunkt aus. Tatsächlich sterben viel mehr Menschen, weil sie ungeschützten Sex haben und sich mit Aids anstecken, als wegen Naturkatastrophen. Oder wegen Alkohol oder sogar durch Terrorismus. Durch einen Terroranschlag zu sterben, ist wahrscheinlicher als durch eine Naturkatastrophe. Also wenn es den Alarmisten darum geht, viele Menschenleben zu retten, sollten sie auf den Demos für günstigere Kondome und mehr Aufklärung in Afrika werben, denn das würde mehr Menschen retten. Jetzt kann man kritisieren, du sprichst ja nur von Toten. Naturkatastrophen richten ja aber auch ökonomischen Schaden an. Okay, können wir uns auch angucken. Dieser Schaden hat weltweit zugenommen, weil ja auch der Wohlstand weltweit zugenommen hat. Wobei der Schaden auch hier in den letzten 15 Jahren zurückgegangen ist. Das heißt, so eine Naturkatastrophe kann heutzutage mehr wertvollen Besitz von Menschen zerstören als früher. Eine gute Zahl, um den Wohlstandswachstum der Welt zu messen, ist das World's GDP, beziehungsweise Brutto-Weltsprodukt. Wenn wir jetzt den ökonomischen Schaden gegen das World's GDP halten, stellen wir auch hier fest, dass der Schaden durch Naturkatastrophen zurückgeht. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass selbst der Wachstum an ökonomischen Schaden durch Wetterkatastrophen nicht auf heftigere Naturkatastrophen, sondern sozioökonomischen Wandel zurückzuführen ist. Diese Studie verwendet übrigens auch das IPCC. Mit anderen Worten kann man selbst in diesem verschwindenden kleinen Bereich nicht den Klimawandel verantwortlich machen. Also, wir sehen keine Veränderung in den Naturkatastrophen, die uns beunruhigen müssten. Ganz im Gegenteil, es sieht sehr positiv aus. Die Welt hat sich ganz toll gemacht und Naturkatastrophen sind ein viel geringeres Übel, als sie vermutlich jemals waren. Und aktuell nimmt dieser Trend auch nicht ab. Aber es gibt ja noch andere Vorhersagen, die die Alarmisten treffen. Zum Beispiel, dass die Erde dürr werden wird. Es ist ja klar, die Erde wird immer heißer, dann wächst irgendwann ja nichts mehr. Gut, dass wir die NASA haben. Die macht ja regelmäßig Satellitenaufnahmen von der Erde. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, die Erde wird grüner. Und wer ist laut der NASA daran schuld? Genau, das erhöhte CO2. Aber wir wissen ja, die NASA sind nur ein paar Dullis, die bezahlt wurden von der Ölindustrie. Aber die Erde wird nicht nur grüner, sondern auch weltweit feuchter. Und wir alle wissen ja, Pflanzen und Tiere hassen es, wenn es warm und grün und feucht ist. Selbst Afrika wird nicht dürrer, sondern grüner und feuchter. Und bis 2100 soll sich durch unsere Zembo-2-Emissionen das Pflanzenwachstum weiterhin verbessern. Also Naturkatastrophen werden weniger, die Erde wird grüner. Werden die Menschen denn wenigstens ärmer? Nope. Extreme Armut nimmt weltweit ab. Man vermutet, dass es bald gar keine extreme Armut mehr geben wird. Damit verbunden natürlich die Frage, ob, wie Rezo so schön sagte, die Essensversorgung flöten geht. Auch hier, nope, die Kalorien pro Kopf nehmen zu. Die Lebenserwartung schießt auch nach oben. Die Getreideproduktion wächst schneller als die Weltbevölkerung. Und ein wichtiger Faktor, Krankheiten gehen zurück. Die Menschen werden gesünder. Aber wenn die Erde so schnell wärmer wird, dann sollte doch das Eis auf der Antarktis schmelzen, oder? Naja, die Satelliten der NASA zeigen mal wieder was anderes. Das Eis wächst dort. Okay, dafür schmilzt halt der Nordpol, ich verstehe schon. Aber einen entscheidenden Punkt habe ich noch. Der wird jetzt nochmal ein Tacken wissenschaftlicher, aber er ist elementar. Wenn ihr das versteht, versteht ihr, dass die ganze Theorie nicht so richtig Sinn ergeben zu scheint. Was ihr verstehen müsst, ist, dass kein einziger Wissenschaftler glaubt, dass CO2 vor allem für die Erwärmung der Erde direkt zuständig ist. Und direkt ist das Schlüsselwort. Die Theorie ist, dass das CO2 die Erde minimal erwärmt, aber dass diese kleine Erwärmung weitere Trends in Gang setzt, die dann die Erde weiter und stärker erwärmen. Das ist keine Skeptiker-Theorie, das ist offiziell, was jeder Experte dir dazu sagen wird. Ein Beispiel können wir hier von Harald Lesch hören. Also, die Temperatur steigt. Dann steigt auch, das ist quasi die Folgerung, die Verdunstungsrate. Wenn die Verdunstungsrate auch steigt, dann steigt auch der Wassergehalt. H2O-Gehalt. Wenn der in der Atmosphäre steigt, dann steigt auch wieder die Temperatur. Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können. Das war von Anfang an die Theorie und das sieht nicht nur Lesch so. Das IPCC schreibt selbst, Wasserdampf ist das häufigste und wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre. Allerdings haben Menschen nur einen kleinen direkten Einfluss auf atmosphärischen Wasserdampf. Klar, der Einfluss ist eben indirekt durch das CO2. Das CO2 erhöht die Temperatur und die erhöhte Temperatur erhöht den Wasserdampf in der Atmosphäre. 2008 wurde im Annual Review das so ausgerückt. Die Hauptrückkopplungen im Klimasystem sind gut bekannt. Zum Beispiel positives Strahlungsantrieb wie durch einen erhöhten CO2-Trend führt zu erhöhten Temperaturen, welcher den Wasserdampf ansteigen lässt, welcher wiederum eine Pertubation in der absinkenden Langwellenstrahlung produziert, das den wärmenden Effekt weiter verstärkt. Selbst in Nature wurde dieser Effekt schon 1989 beschrieben. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Von Anfang an war das die Theorie, CO2 erwärmt die Erde nur minimal und das erhöht dann den Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre und dann kommt die richtig schlimme Erwärmung. Hier haben wir also genau das, was Mai will. Etwas Widerlegbares. Wenn die Theorie stimmt, dann nimmt auch der Wassergehalt in der Atmosphäre zu. Wenn der Wassergehalt der Atmosphäre nicht zunimmt, dann stimmt auch die Theorie nicht. Schauen wir mal, wie es mit dem Wasserdampf in der Atmosphäre aussieht. Hm, wir sehen, der Wasserdampf hat auf allen Ebenen leicht abgenommen oder ist konstant geblieben. Das ist schwierig. Mai sagt ja, eine Theorie muss prinzipiell widerlegbar sein. Die Klimakatastrophenhypothese versagt auf allen Ebenen. Der Wasserdampf in der Atmosphäre nimmt nicht zu. Das Eis auf der Arktis aber schon. Die Menschen werden seltener krank, Lebenserwartung geht hoch, genauso wie die Kalorien pro Kopf und die Getreideproduktion. Extreme Armut ist am Aussterben, die Erde wird grüner und Tote sowie finanzielle Schäden durch Naturkatastrophen nehmen konstant ab. Auf jeder Ebene, wo diese Theorie zu testen ist, fällt sie durch. Jetzt ist die Frage, ob Mai weiterhin daran festhalten wird. Sie sagt ja schließlich selbst, ach und das ist die schwierigste von allen Regeln, nämlich hänge nicht so sehr an deiner persönlichen Hypothese. Kritisches Denken bedeutet, dass sich deine Meinung jederzeit ändern kann, je mehr du über etwas weißt. Kritisches Denken verlangt eine offene und geradezu demütige Einstellung. Informiert euch, wenn es geht, über alle Argumente, aller Standpunkte und die widerstehnte Versuchung, euch mit eurem eigenen Standpunkt mehr auseinanderzusetzen als mit anderen. Denn je mehr ihr euch, je intensiver ihr euch mit den Gegenargumenten beschäftigt, desto schärfer wird auch euer kritisches Denken. Also nochmal drittens, hänge nicht so sehr an deiner persönlichen Hypothese. Das hat Mai in einem sehr guten Video gesagt, mit dem Titel Die Kunst Bullshit zu erkennen. Das Video ist wirklich sehr, sehr gut. Guckt euch das unbedingt an und hört genau zu. Jetzt frage ich mich nur, ob Mai ihr eigenes Video ernst nehmen wird und ob sie eine offene Haltung haben wird. Hinterfragt sie ihre eigene Meinung, versucht sie zu widerlegen oder folgt sie einfach nur, was das IPCC und Reso sagen. Kann sie für sich selbst denken, ihr könnt ihr dieses Video ja mal schicken. Vielleicht liege ich ja auch in all den Punkten falsch. Ich bin jedenfalls bereit, meine Meinung zu ändern und das kann ich ehrlich sagen. Ich werde weiterhin forschen und versuche, meine skeptische Haltung zu widerlegen. Ich möchte gegen Ende festhalten, dass diese Welt vor einer riesigen Anzahl an Problemen steht. Die gilt es zu bewältigen. Die Meere werden mit Plastik zugemüllt, wir haben haufenweise Flüchtlinge, die nicht wegen dem Klima flüchten. Wir haben ein Social Credit System in China und immer größer werdende Überwachungsstaaten. Das Konfliktpotenzial in Europa nimmt wieder zu. Arten sterben aus, nicht wegen dem Klimawandel, sondern wegen wachsenden Städten und echter Umweltverschmutzung. Und die Liste an Herausforderungen könnte ich noch stundenlang weiterführen. Nur ein Problem würde dabei nie auftauchen. CO2. Unsere CO2-Emissionen korrelieren mit steigender Lebenserwartung. Das heißt, je mehr CO2 wir in der Vergangenheit ausgestoßen haben, desto länger lebten die Menschen. CO2 ist also wirklich böse. Oder die Menschen, die CO2 hassen, hassen einfach Menschen. In der Geschichte der Erde ist die Menschheit nichts. Wenn alles schief läuft, werden wir nichts anderes sein, als ein kurzer Parasitenbefall oder eine kurze Krippe, von der sich die Erde auch schon erholen wird in ein paar Millionen Jahren. Nein, das war natürlich nur ein Witz von der lieben Mai. Das hoffe ich zumindest. Aber kleinen Kindern zu erzählen, Menschen seien nur Parasiten, halte ich auch in der Form eines Witzes für unangebracht. Denn ist das wirklich das Menschen und Weltbild, das wir unseren Kindern vermitteln wollen? Freunde, bitte passt auf euer Weltbild auf. Menschen sind keine Parasiten, Menschen sind wertvoll. Und bitte, 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 nehmt Menschen mit solchen Weltbildern nicht ernst. Denn eventuell halten sie euch nicht für wertvoll, sondern für Parasiten. immer mehr leicht geht es, wir können noch nicht